Bordelandsstörungen sind immer lang andauernde Störungen. Allerdings können die Symptomatik und die Beziehungsproblematik sehr wechseln. Es gibt auch Phasen, wo die nicht oder nicht so zum Tragen kommen. Aber wie gesagt, es ist immer eine lang andauernde Störung. Und was die Heilung betrifft. Heilung bedeutet ja die Beseitigung der Ursache einer Erkrankung. Und eine der Hauptursachen hier ist die Lebensgeschichte. Und die ist nun einmal nicht beseitigbar. Und insofern gibt es keine Heilung. Aber in der großen Mehrzahl der Fälle ist nach Abschluss einer spezifischen Therapie eine Bordelandsstörung nicht mehr feststellbar. Das heißt, auch nicht mehr bestehend. Sie müssen klar sein. Sie müssen aufrichtig sein. Sie müssen ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und auch natürlich berücksichtigen. Und dennoch wird es immer wieder schwierige Situationen geben. Und ich empfehle, dass man in einer solchen Situation sich selbst Unterstützung sucht. Also selbst einen Therapeuten. Das bedeutet nicht, dass man eine Erkrankung hat. Aber es bedeutet, dass man zumindest in dieser Situation professionelle Unterstützung braucht. Zunächst mal ja, weil man selbst natürlich besonders empfindsam und empfindlich ist und deswegen den Beruf auch nicht lange durchhalten würde. Grundsätzlich aber nach Abschluss einer Therapie kann man sehr wohl in sozialen Berufen arbeiten. Soziale Berufe sind die häufigsten Berufswünsche unserer Patienten. Und vielleicht kann ich hinzufügen, dass einer der berühmtesten Bordelandstherapeuten weltweit, Marsha Linehan, selbst eine Bordelandsstörung hatte. Sie hat das selbst offen gemacht in einem Interview. Deswegen darf ich das sagen. Und sie ist ein guter Beleg dafür, dass man, wenn man denn stabil ist, auch mit einer früheren Bordelandsstörung sehr gut in diesem Beruf arbeiten kann. Wenn man allerdings instabil ist, keine Therapie gemacht hat, dann gehört man zu den hilflosen Helfern.